Dieses Kapitel hat ein größeres Thema, Except IONS, und dann noch zwei kürzere Abschnitte, die beide in unterschiedlicher Form mit ESSERT IONS. Also Zusicherungen zu tun haben, Except IONS sind Fehlerbehandlungen. Während der ganz normalen Ausführung eines Programms im realen Einsatz mit Except IONS kann man dafür sorgen, dass die Abarbeitung eines Programms auch in unerwarteten, unerwünschten Fällen nicht vom Laufzeitsystem beendet wird, sondern stattdessen eine selbstgeschriebene Fehlerbehandlung durchgeführt wird und das Programm danach ordnungsgemäß weiterläuft, siehe auch die Zusammenfassung zu Programmen und Prozessen. Rein formal sind Except ION-Klassen ganz einfach definiert. Erstens eine Klasse namens Except ION in Package Java.lang. Zweitens alle Klassen, die direkt oder indirekt von Klasse Except ION abgeleitet sind. Eine Except IONS wird in eine Methode geworfen und in der Methode, die diese aufruft, gefangen oder weitergereicht. Hier ein kleines, durchaus realistisches Beispiel. Zuerst das Werfen. Erinnerung. Wir haben diese Methode im Prinzip schon einmal in einfacherer Form beim Thema Converse ION in Kapitel zu Methoden gesehen. Sie erwartet, dass C ein Kleinbuchstabe ist und liefert den zugehörigen Großbuchstaben zurück. Hier der erste Unterschied. Mit Schlüsselworts ROS am Ende der Signatur einer Methode wird angekündigt, dass diese Methode Except IONS wirft Erinnerung. Im Kapitel zu Methoden, Abschnitt zum Kopf einer Methode, haben wir schon kurz gesehen, dass zwischen Parameterliste und Trumpf eines ROS-Klausels stehen kann. Nach SROS stehen die Except ION-Klassen, die von der Methode Do-Uppercase-Potentiell geworfen werden. In diesem Beispiel wird nur eine einzige Except ION-Klasse hier deklariert, nämlich die Basisklasse Except ION. Selbst wir werden später Beispiele mit mehreren Except ION-Klassen, also von Except ION abgeleiteter Klassen, in der SROS-Klausel sehen. Der BUL-SC-Ausdruck in dieser F-Abfrage ist genau dann wahr. Wenn das Zeichen im Char-Parameter C kein Kleinbuchstabe ist, in diesem Fall würde die Methode natürlich ein Unsinnsergebnis zurückliefern, dass die Parameter eine Vorbedingung nicht erfüllen. Ist eine typische Situation ION, um eine Except ION zu werfen. Mit Schlüsselworts ROS wird eine Except ION nun tatsächlich geworfen. Eine Except ION ist ganz konkret ein Objekt der gewählten Except ION-Klasse und muss daher mit New erst erzeugt werden, bevor sie geworfen werden kann. Klasse Except ION hat einen Konsterokter mit einem String als Parameter. Damit können wir der Except ION eine Botschaft mit auf ihren Weg geben. Beachten Sie, dass das ROS oben in der Signatur und das ROS in der Anweisung zwei verschiedene Schlüsselwörter sind. Und bei beiden passt die englische Verbform jeweils. Im Methodenkopf wird mit ROS angekündigt, dass die Methode potenziell eine Except ION wirft. Und SRO in Methodenrumpf ist zu verstehen als Imperativ. Im Methodenkopf wird gesagt, welche Except ION-Klassen geworfen werden dürfen. In der SRO-Anweisung muss das geworfene Objekt von einer dieser Klassen oder davon abgeleiteten Klassen sein. In diesem kleinen Beispiel ist nur eine Except ION-Klasse deklariert und ein Objekt von der wird auch geworfen, das passt also. Was passiert nun bei Programmausführung, wenn eine SRO-Anweisung ausgeführt wird? Mit einer SRO-Anweisung wird wie mit einem Return die Ausführung der Methode sofort beendet. Im Unterschied zu Return wird kein Wert zurückgeliefert, sondern das in der Anweisung erzeugte Except ION-Objekt wird geworfen. Was das eigentlich heißt, wird klarer, wenn wir uns jetzt ansehen, wie die geworfene Except ION dann gefangen wird, das geschieht. Wie gesagt, in der Methode, von der aus die Methode do uppercase aufgerufen worden ist. Eine solche beispielhafte Methode schauen wir uns als nächstes an. Genauer gesagt nur den Ausschnitt, der den Aufruf der Methode do uppercase enthält. In X wird der Parameter wird für den Aufruf von do uppercase gespeichert, der ist aber dummerweise kein Kleinbuchstabe. In Y soll, eigentlich, der Großbuchstabe zu X gespeichert werden, das wird natürlich schief gehen, da in X nun einmal kein Kleinbuchstabe steht. Hier ist der Aufruf wir nehmen an, dass ABC eine Variable von der Klasse ist, in der die Methode do uppercase definiert ist. Neben Bemerkung, Methode do uppercase wäre normalerweise stätig definiert und könnte und sollte, dann auch mit dem Namen der Klasse aufgerufen werden. Wenn aber dann hätte der ganze Methodenrumpf von do uppercase auf den vorhergehenden Folien nicht in derselben Schriftgröße auf eine Zeile gepasst, wenn für eine Methode definiert ist, dass sie potenziell Accept IONs wirft, egal von welcher Accept ION-Klasse, dann kann diese Methode nicht einfach so aufgerufen werden. Sondern der Aufruf muss in einen Treiblock wie hier in einem solchen Treiblock könnten auch mehrere Methoden aufgerufen werden, die Accept IONs werfen, und es können auch zusätzlich beliebig viele andere Anweisungen stehen, die keine Accept IONs werfen. Wenn Methode do uppercase keine Accept ION wirft, dann wird diese Schreibausgabe unmittelbar danach ausgeführt, der Catch-Block wird übersprungen, und hinter dem Catch-Block geht es weiter wirft Methode do uppercase hingegen eine Accept ION, dann wird die Ausführung des Treiblockes sofort beendet. Insbesondere die Schreibtanweisung nicht ausgeführt, und als nächstes wird der Catch-Block ausgeführt. Ein Treiblock kommt nie allein, sondern immer mit einem oder manchmal auch mehreren Catch-Blocken. Die unmittelbar danach kommen wir kommen später zu dem Fall von mehreren Catch-Blocken zwischen den Blöcken dürfen Witteres Pass sein, wie sie im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen besprochen wurden. Sonst darf nichts zwischen Treiblock und Catch-Block bzw. zwischen zwei aufeinander folgenden Catch-Blocken sein. Das ist die Stelle, an der die geworfene Accept ION wieder auftaucht, die into uppercase geworfene und hier nun gefangene Accept ION bekommt einen Namen, wir nehmen den vielleicht etwas phantasielosen, aber häufig gewählten Namen EXC der Scope des Identifiers EXC ist der Catch-Block-Erinnerung. Im Kapitel zu Methoden hatten wir den Scope einer Definite ION eingeführt als den Bereich im Quelltext, in dem der Identifier gemäß seine Definite ION verwendet werden kann. Die Anweisungen im Catch-Block, in diesem kleinen Beispiel nur eine einzige Anweisung, werden genau dann ausgeführt, wenn im Treiblock eine Accept ION geworfen wurde, wurde im Treiblock keine Accept ION geworfen, dann wird der gesamte Catch-Block, wie gesagt, ohne Effekt einfach übersprungen. Klasse Accept ION hat eine Methode Get-Message, die genau den String zurückliefert, den wir dem Objekt im Const-Terecter eben mitgegeben haben. Als wir uns den Const-Terecter eben angesehen haben, hatten wir diesen String die Botschaft genannt, die dem Objekt mitgegeben wird, das passt, Message ist das englische Wort für Botschaft. Wir sehen schon an diesem kleinen Beispiel ganz gut, wofür Accept ION es generell da sind. In der Ausführung einer Methode kann eine Ausnahme Sidward ION auftreten. Mit dieser Methode nicht umzugehen weiß, dann beendet sich diese Methode sofort und delegiert das Problem an die aufrufende Methode. Indem eine Accept ION geworfen wird, die aufrufende Methode fängt die Accept ION und behandelt im Catch-Block das Problem. Noch eine kleine Variate ION, die nur bei der Programmentwicklung empfehlenswert ist und im realen Einsatz des Programms besser entfernt oder auskommentiert sein sollte, damit der Endnutzer nicht mit technischen Details behelligt wird. Klasse Accept ION hat eine Methode PrintStack Trace, mit der der ColdStack auf dem Bildschirm ausgegeben wird, und zwar der Inhalt des ColdStack zu dem Zeitpunkt, an dem die Accept ION geworfen wurde. Den ColdStack hatten wir uns im Kapitel zu Methoden angesehen. Eben haben wir beispielhaft mit der Klasse Accept ION gearbeitet. Eine der indirekt von Accept ION abgeleiteten Klassen in der Java-Standard-Bibel-Io-Tag heißt Index-Out-of-Bounds-Except ION. Falls diese Accept ION-Klasse geworfen werden soll, sieht alles genauso aus, nur dass der Name der Accept ION-Klasse ein anderer ist. Klasse Index-Out-of-Bounds-Except ION hat ebenfalls einen Konsterektor mit einem String-Parameter, der wieder die Botschaft ist Erinnerung, Konsterektoren werden nicht vererbt. Daher ist dieser Konsterektor in Klasse Index-Out-of-Bounds-Except ION definiert er macht aber dasselbe wie der Konsterektor gleiche Signatur von Accept ION. Wie beim Werfen der Accept ION, hat sich auch beim Fangen der Accept ION nichts außer dem Namen der Accept ION-Klasse geändert. Klasse Index-Out-of-Bounds-Except ION hat Methode-Git-Message von Klasse-Except ION geerbt. Erinnerung, im Kapitel zu Methoden. Abschnitt zur Signatur nebst überschreiben und überladen. Hatten wir uns angeschaut, inwieweit die Methodenköpfe der überschreibenden und der überschriebenen Methode voneinander abweichen dürfen. Dabei hatten wir auch schon erste Andeutungen zu Accept ION-S gemacht, die wir jetzt aufarbeiten. Die Regel ist ganz einfach. In der überschreibenden Methode darf eine Accept ION-Klasse ersetzt werden durch eine direkt oder indirekt abgeleitete Accept ION-Klasse. Zum Beispiel darf Accept ION in der Methode M der Basisklasse ersetzt werden durch Index-Out-of-Bounds-Except ION in Methode M der abgeleiteten Klasse. Denn dann gibt es keine Probleme in Situat ION, in denen statischer und dynamischer Typ unterschiedlich sind. Im Catch-Block muss diejenige Accept ION-Klasse gefangen werden, die die Methode MNX wirft. Also Klasse Accept ION wenn nun Y der dynamische Typ von A ist, wird eine Index-Out-of-Bounds-Except ION geworfen. Aber das ist kein Problem, denn wie immer gilt, da, wo die Basisklasse erwartet wird, darf auch ein Objekt der abgeleiteten Klassen dahinter stecken. Jetzt haben wir gesehen, wie Accept IONs verwendet werden. Eben werfen und fangen nun schreiben wir unsere erste eigene Accept ION-Klasse. Eine Accept ION dieser Klasse soll geworfen werden, wenn ein bestimmtes Programmstück während der Geisterstunde ausgeführt wird. Wie gesagt, ist neben der Klasse Accept ION selbst jede andere Klasse genau dann eine Accept ION-Klasse. Wenn sie von Klasse Accept ION direkt oder indirekt abgeleitet ist, in diesem Fall leiten wir direkt von Klasse Accept ION ab. Für diese Accept ION-Klasse wissen wir schon, wie die Botschaft lauten soll. Daher brauchen wir einen Konst-T-Roktor ohne Argumente, der für jedes Objekt immer dieselbe Botschaft setzen soll. Und der ruft dafür den Konst-T-Roktor mit String-Parameter von Klasse Accept ION auf. Die Botschaft ist also, das Geisterstunde ist Erinnerung, Konst-T-Roktoren werden nicht vererbt. Daher hat Witching oder Accept ION nur diesen einen Konst-T-Roktor, insbesondere nicht den Konst-T-Roktor mit einem String-Parameter, den wir schon bei Klasse Accept ION verwendet hatten. Erinnerung, Zeichen, die Batscha und String-Liter allein eine Sonderbedeutung haben, muss generell ein Backslash vorangestellt werden. Neben Bemerkung, in diesem konkreten Fall könnte man den Backslash weglassen, weil der Compiler erkennen kann, dass ein Hochkomma in einem String-Liter unmöglich die Sonderbedeutung haben kann. Ein Zeichen-Liter zu umgrenzen aber wir demonstrieren hier lieber noch einmal die allgemeine Regel. Und so können wir diese Accept ION-Klasse nun verwenden. Die hier gezeigte Methode soll die aktuelle Stunde zurückliefern, also beispielsweise die Zahl 15, falls die Methode im Zeitraum ab 15 Uhr, aber vor 16 Uhr ausgeführt wird. Aber der Entwickler dieser Methode ist abergläubisch und liefert die Geisterstunde nicht zurück, sondern wirft stattdessen eine Accept ION. Erinnerung, wir hatten die Klasse Java.Utel.Kelender schon im Kapitel zu Methoden gesehen. Abschnitt über Konsterektoren, sie organisiert Zeitpunkte bestehend aus Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Millisekunde. Die Klassen-Methode GetInstance liefert ein Kelenderobjekt für den aktuellen Zeitpunkt gemäß Systemo zurück, auf das dann die Variable Kel verweist. Methode Get erhält eine ganze Zahl, die das Zeitattribut identifiziert. Dessen Wert zurückgeliefert werden soll das Klassenattribut Auer-Off-Ds die Stunde im 24-Stunden-Modus. Kelender hat etliche Attribute. Aus diesem Grund sind die Get- und die Set-Methode bei Kelender etwas anders konzipiert, als wir es bisher kennengelernt haben, nämlich, das Attribut ist hier nicht im Namen der Get- und der Set-Methode einkodiert, sondern wird durch einen zusätzlichen Rent-Parameter angegeben. Die Stunde zwischen 3 und 4 Uhr morgens ist die angelsächsische Geisterstunde-Bemerkung. In einem realen Programm würde man die Zahl 3 nicht wie hier einfach als Literal an die Stelle schreiben, an der die Zahl benutzt wird, sondern einmal an einer geeigneten Stelle als Konstante mit Sprechen dem Namen definieren und nur diesen Namen verwenden, denn erstens ist dann bei jeder Verwendung dieser Zahl durch den sprechenden Namen klar, was sie bedeutet. Zweitens kann sie leicht, einfach durch Änderung der Definit AON, geändert werden, Falls man beispielsweise die deutsche Geisterstunde, also Stunden 0 haben möchte, entscheidend ist die geringere Fehleranfälligkeit. Stehen überall nur Leitrall anstelle von sprechenden Namen. Dann muss man sich bei jedem Vorkommen etwa der Zahl 3 überlegen, ob das jetzt die Geisterstunde uns daher zu ändern ist, oder ob ein Vorkommen der Zahl 3 stattdessen für die 3 Musketiere oder die 3 Fragezeichen steht uns daher nicht zu ändern ist, Wenn nur die Geisterstunde geändert werden soll, wenn die aktuelle Ortzeit in der Geisterstunde liegt, dann wird wie geplant eine Witching or Except ION geworfen, wie wir schon gesehen haben, ist die Parameterliste des Konstteroktors leer, da die Botschaft im Konstteroktor festgelegt ist. Außerhalb der Geisterstunde wird, wie der Name der Methode schon sagt, die aktuelle Stunde zurückgeliefert. So würde ein Programmstück aussehen, in dem die Methode Huruf nur aufgerufen und die Except ION gefangen wird, Völlig analog zu den vorherigen Beispielen. Wir nehmen wieder an, dass ABC eine Variable der Klasse ist, zu der die Methode Huruf nur gehört. Die Art von Except ION, die im Treiblock geworfen werden kann und daher zu fangen ist, ist eben die Witching or Except ION. Die von Klasse Except ION an Klasse Witching or Except ION vererbte Methode GetMessage liefert die Botschaft. Mit der wir im Konstteroktor von Witching or Except ION den Konstteroktor von Except ION aufgerufen hatten, also auf Englisch den Satz, das Geisterstunde ist. Wir hatten schon gesagt, dass eine Methode potenziell auch Except ION ist von mehreren Except ION-Klassen werfen kann. Natürlich wird im Fall des Files nur eine Except ION geworfen und die ist nur von einer Klasse. Aber welche Klasse das ist, steht nicht von vornheran fest. Es muss nur eine in der Aufzählung sein. Konkret werden die potenziell geworfenen Except ION-Klassen alle durch Kommas getrennt, hinter der Schlüsselworts Roos geschrieben. Vor der öffnenden geschweiften Klammer für den Methodenrumpf die Reihenfolge ist egal. Hier wird die Botschaft für die erste Except ION-Klasse zusammengebaut. Erinnerung. Wir hatten schon im Abschnitt zu Strings im Kapitel zu objektorientierter Apps-Theraqt.io angesehen, dass der Plus-Operator nicht nur für arithmetische Datentypen definiert ist. Sondern auch für die Klasse String. Sein Ergebnis ist die Konkatenat ION der beiden Operanten. Das heißt, ein String, der genauso lang ist wie die beiden Operanten zusammen. Und sein Inhalt besteht aus den Zeichen des ersten Operanten gefolgt von den Zeichen des zweiten Operanten. Wenn der Parameter nicht im Bereich 0 bis 23 liegt, also nicht die Nummer einer Stunde ist, dann wird ein Index Out of Bounds Except ION geworfen. Die vordefinierte Except ION-Klasse ist sicherlich vom Namen her gut für diese Verwendung in Methode Print Hour gewählt. Der Name passt ja ganz gut. Zur Geisterstunde wird dann eine Witching Hour Except ION geworfen. Allein der Name der Except ION-Klasse für sich sagt also schon aus, welche Art von Ausnahmesituation aufgetreten ist, das ist der Grund dafür, dass recht viele Except ION-Klassen schon vordefiniert sind, die sich großenteils eigentlich gar nicht wesentlich voneinander unterscheiden, außer im Namen wenn man selbst Except ION-Klassen definiert. Sollte man dieser Idee folgen, für verschiedene Arten von Ausnahmesituationen jeweils eine eigene Except ION-Klasse zu schreiben, wobei man natürlich wie immer Übertreibungen vermeiden und die Anzahl der Except ION-Klassen nicht sozusagen explodieren lassen sollte. Falls weder der eine noch der andere Ausnahmefall eintritt, macht die Methode das, was sie eigentlich tun soll, nämlich den Wert des Parameters auf den Bildschirm zu schreiben. Nebenbemerkung, das ist leider ein gar nicht so seltenes Bild. Die Methode besteht mehr aus Ausnahmebehandlungen als aus der eigentlichen Funkt-Ionalität. Wenn mehrere Except ION-Klassen geworfen werden können, dann müssen auch mehrere Except ION-Klassen separat voneinander gefangen und behandelt werden können. Wir rufen weder die genaue Stunde ab. In diesem Fall wissen wir, dass Index Out of Bounds Except ION garantiert nicht auftreten wird, denn die aktuelle Stunde ist immer ein Wert zwischen 0 und 23. jeweils inklusive. Dennoch müssen wir auch diese Except ION-Klasse fangen. Sonst beendet der Compiler die Übersetzung mit einer Fehlermeldung. Die Methode Print Hour, die wir eben implementiert haben und die die beiden verschiedenen Except ION-Klassen wirft, wird nun in einem Treiblock aufgerufen. Zu jeder der beiden Except ION-Klassen gibt es einen eigenen Catch-Block, in dem jeweils implementiert wird, was im Falle des Wurfs dieser Except ION passieren soll. Die Details interessieren uns hier nicht. Die mit ZRO geworfenen Except ION-Klassen müssen nicht exakt diejenigen sein, die explizit mit ZROs deklariert sind. Zum Beispiel könnte für die Methode Print Hour anstelle der beiden tatsächlich geworfenen Except ION-Klassen einfach die gemeinsame Basisklasse Except ION deklariert sein. Die allgemeine Regel ist, für jede tatsächlich geworfene Except ION-Klasse muss entweder diese selbst oder eine direkte oder indirekte Basisklasse in des ROS-Klausel deklariert sein. Except ION ist eine Basisklasse für beide tatsächlich geworfenen Except ION-Klassen. Also deckt die Deklarat ION von Klasse Except ION in des ROS-Klausel beide tatsächlich geworfenen Except ION-Klassen ab. Auch hier zeigt sich wieder das allgemeine Prinzip, dass hinter einer Variablen der Basisklasse immer ein Objekt einer direkt oder indirekt abgeleiteter Klasse stecken kann. Die gefangenen Except ION-Klassen wiederum müssen weder 1 zu 1 den deklarierten noch 1 zu 1 den tatsächlich geworfenen Except ION-Klassen entsprechen. Bei der Witching-Or Except ION wählen wir an diesem Beispiel eine 1 zu 1 Korrespondence, aber bei der Index-Out-of-Bounds Except ION gehen wir zu Illusterat ION anders vor die Klasse RuntimeExcept ION ist das Bindeglied zwischen Klasse Except ION und Klasse Index-Out-of-Bounds Except ION das heißt, RuntimeExcept ION ist direkt von Except ION abgeleitet und Index-Out-of-Bounds Except ION ist direkt von RuntimeExcept ION abgeleitet. Also, wenn wir explizit RuntimeExcept ION fangen, dann fangen wir implizit auch Index-Out-of-Bounds Except ION würde Methode Print-Auer auch RuntimeExcept ION oder andere von RuntimeExcept ION abgeleitete Except ION-Klassen werfen, würden diese ebenfalls durch diesen Catch-Block gefangen. Da für Methode Print-Auer deklariert ist, dass Klasse Except ION geworfen wird, muss auch jede Except ION gefangen werden. Die von Klasse Except ION oder irgendeiner direkt oder indirekt von Klasse Except ION abgeleiteten Klasse ist zwar wissen wir, dass es keine anderen außer Witching or Except ION und Index-Out-of-Bounds Except ION gibt, aber der Java-Compiler kann das nicht unbedingt wissen und verlangt daher grundsätzlich immer die vollständige Abdeckung des Roos-Klausel von Print-Auer, eine kleine Variate ION des Beispiels. Um noch einen weiteren wichtigen Aspekt zu illustrieren, eine Except ION kann ja potenziell auf mehrere Catch-Blocke passen. In diesem Beispiel würde eine Index-Out-of-Bounds Except ION auf die drei gelb unterlegten Catch-Blocke passen. Die allgemeine Regel ist, wenn eine Except ION geworfen wird und mehrere Catch-Blocke in Frage kommen, dann wird immer der erste in Frage kommende Catch-Block ausgeführt. Die anderen nicht, daher ist es allgemein sinnvoll. So wie hier, die Catch-Blocke so zureihen, dass immer jeweils die abgeleitete Klasse vor der Basisklasse kommt, denn käme der Catch-Block für die Basisklasse vor dem Catch-Block für die abgeleitete Klasse, dann würde der letzte nie ausgeführt werden können. Der erste würde ihm alle in Frage kommenden Except ION sozusagen wegschnappen. Noch eine letzte Variate ION unseres Beispiels. Nun mit zwei fiktiven Except ION-Klassen zu illustrerat ION es kann schon einmal vorkommen. Dass die Catch-Blocke für zwei verschiedene Except ION-Klassen genau dasselbe tun sollen, dann wäre es natürlich unbequem und auch fehleranfällig. Wenn man zweimal exakt denselben Catch-Block hinschreiben müsste, stattdessen gibt es wie hier gezeigt die Möglichkeit, zwei Except ION-Klassen in einem Catch-Block zu verarbeiten. Dabei werden die Except ION-Klassen durch senkrechte Striche voneinander getrennt. Bis jetzt wurden Except ION es in der Aufrufenden-Methode immer gefangen. Das ist aber nicht zwingend notwendig und auch nicht immer sinnvoll. Um das zu zeigen, schreiben wir jetzt die ganze Message hin, in der Print-Auer aufgerufen wird und nennen sie Print-Auer-Ofener. Es geht darum, dass die aufrufende Methode Print-Auer-Ofener die Except ION nicht fangen muss, sondern alternativ diese Except ION ihrerseits an die Methode weiterreichen kann, die wiederum die Methode Print-Auer-Ofener aufgerufen hat. Der Aufruf von Print-Auer kann zwar eine Witching-Auer Except ION werfen, ist aber dennoch nicht in einem Drei-Block, da die Except ION ja nicht in Print-Auer-Ofener gefangen wird. Stattdessen deklariert die Methode Print-Auer-Ofener ihrerseits die von Print-Auer geworfene Except ION-Klasse jetzt muss die Methode, die Print-Auer-Ofener aufgerufen hat, entweder die Except ION mit Drei-Uncatch fangen oder ihrerseits weit erreichen. Im Kapitel zu Methoden, Abschnitt-Abarbeitung von Methoden, hatten wir schon den Cold-Stack gesehen, diese Bildsprache können wir auch hier verwenden. Wenn eine Except ION in Print-Auer geworfen wird, dann wird sofort der Frame für Print-Auer von Cold-Stack genommen und der Stack-Porte entsprechend auf den Anfang des Frames von Print-Auer-Ofener zurückgesetzt, da Print-Auer-Ofener die Except ION nicht fängt, wird der Frame für Print-Auer-Ofener ebenfalls von Cold-Stack genommen, das geht so lange weiter, bis eine Methode die Except ION fängt. Diese Methode wird dann weiter mit dem zugehörigen Catch-Block abgearbeitet. Das Weiterreichen von Except ION-S kann natürlich nicht endlos weitergehen, es gibt immer eine alleroberste, zuerst aufgerufene Methode, z.B. mein bei vielen Java-Interpretern diese Methode, mein muss exakt diesen Methoden Kopf haben, insbesondere gibt es keines Roos-Klausel, daher kann mein grundsätzlich keine Except ION-S weiterreichen, spätestens mein muss jede Except ION fangen, die nicht vorher gefangen wurde, sonst geht das Programm nicht durch den Compiler. Manchmal öffnet ein Programm bestimmte Ressourcen, die immer nur von einem Programm zugleich geöffnet werden können. In diesem übermäßig simplifizierten und nur zu Illustera-Io in gedachten Fall ist ein Drucker die Ressource. Eine solche Ressource muss unbedingt wieder freigegeben werden, sobald sie nicht mehr für das Programm verwendet wird, damit andere Programme sie öffnen können. Dazu implementieren alle Klassen, die solche unteilbaren Ressourcen in einem Java-Programm repräsentieren, das Interface Autoclossible in Java.lang, dessen parameterlose Void-Methode-Close die Ressource freigibt dafür zu sorgen, dass Methode-Close in jedem denkbaren Fall aufgerufen wird, ist insbesondere bei 3-Catch-Blöcken ein Problem, das sie ja auf unterschiedlichen Wegen verlassen werden können. Man muss daran denken, im 3-Block und in jedem der Catch-Blöcke Methode-Close mit jeder betroffenen Ressource aufzurufen, dass es auch anders geht, sehen wir auf dieser Folie. Denn alternativ kann man die Ressource auch in einer Anweisung öffnen. Die sie unter dem Begriff 3-Wiss-Ressources in Java, der OK-OM-&-Hart-Ionen finden, werden in runden Klammern unmittelbar hinter dem Schlüsselwort 3, also unmittelbar vor dem eigentlichen 3-Block, wird die Ressource geöffnet. Der Compiler setzt automatisch Aufrufe von Methode-Close ein, so dass bei jeder Möglichkeit, den 3-Catch-Block zu verlassen, auch die Ressource geschlossen wird, ohne dass wir uns selbst darum kümmern müssen. Voraussetzung ist aber, wie gesagt, dass die Ressource das Interface Auto-Close-Siebel entsprechend implementiert. Man kann im farblich unterlegten Bereich mehrere Ressourcen öffnen, getrennt durch Semikolons voneinander. Erinnerung, Im Kapitel über objektorientierte Apps der Act-Ionen hatten wir einen Abschnitt zu Funkt-Ional-Interfaces und Lambda-Ausdrücken. Funkt-Ional-Interfaces sind bekanntlich diejenigen Interfaces, unter deren Methoden genau einer ist, die weder static noch default ist. Diese eine Methode, die Funkt-Ionale-Methode des Interface, darf natürlich auch Except-Iones werfen. Wir hatten gesehen, dass Funkt-Ional-Interfaces durch Lambda-Ausdrücke initialisiert werden können, und wie seinerzeit gesagt, richtet der Compiler intern eine anonyme Klasse ein, die das Interface implementiert, und der Lambda-Ausdruck wird in eine bedeutungsgleiche Implementart-Ion der Funkt-Ional-Methode für diese anonyme Klasse transformiert. Wir hatten auch schon gesehen, dass Lambda-Ausdrücke aus mehreren Anweisungen in geschweiften Klammern bestehen dürfen. Und wenn die Funkt-Ionale-Methode im Interface so definiert ist, dass sie Except-Iones werfen darf, dann darf es im Lambda-Ausdruck natürlich entsprechend dazu passendes Rohanweisungen geben. Eigentlich hatten wir gesagt, dass alle Apart-Ionen, die Except-Iones werfen können, in drei Blöcke gehören, so dass alle möglicherweise geworfenen Except-Iones dann auch gefangen werden. Es gibt aber eine Ausnahme. Except-Iones vom Typ Runtime Except-Ion bzw. von davon direkt oder indirekt abgeleiteter Klassen müssen nicht gefangen werden. Offensichtlich ist das eine gefährliche Lücke. Tatsächlich resultieren alle Programmabbrüche zur Laufzeit daraus, dass eine Except-Ion diese Art geworfen, aber nicht gefangen wurde. Wann immer das Laufzeitsystem den Lauf eines ihrer Programme abgebrochen hat, lag das an einer Runtime Except-Ion. Warum diese Lücke im Sicherheitssystem? Der Sinn dieser gefährlichen Lücke wird klarer, wenn wir uns einmal die Klassen in der Java-Standard-Bibel-Io-Take genauer ansehen. Die von Runtime Except-Ion abgeleitet sind hier nur ein paar repräsentative Beispiele. Eine Arismetik Except-Ion wird geworfen, wenn ein arithmetischer Fehler auftritt, zum Beispiel eine ganzzahlige Divis-Ion durchnullten, wenn diese Except-Ion gefangen werden müsste. Dann müsste jede Divis-Ion mit einem nicht zur Kompilierzeit evaluierbaren Divisor in einen 3-Block. Denn jede Divis-Ion könnte theoretisch diese Except-Ion werfen. Ein typisches numerisches Programm wäre dann so gespickt mit 3 und Gatch, dass man den eigentlichen Code kaum noch lesen könnte. Eine Idee wäre, dass der Übersetzer das Fangende Except-Ion nur dort verlangt, wo der Übersetzer nicht selbst sehen kann, dass der Divisor garantiert nicht 0 ist, aber schon dieses sehr einfache Beispiel Demons theoriert. Dass der Übersetzer ganz schnell keine Chance mehr hat, irgendetwas zu sehen wir mit unserer menschlichen Draufsicht sehen hingegen sofort, dass der Divisor niemals 0 sein kann. Zurück zur Liste der von Runtime Except-Ion abgeleiteten Klassen. Classcast-I Except-Ion wird geworfen, wenn ein Downcast nicht geklappt hat. Ein Downcast klappt, wenn das Objekt entweder vom Zieltyp des Downcasts oder von einem direkt oder indirekt vom Zieltyp abgeleiteten Typ ist. In diesem kleinen Beispiel kann B nach Y1 konvertiert werden, weil das Objekt hinter B vom Zieltyp ist und bei D klappt es ebenfalls, weil der Typ Z des Objekts vom Zieltyp Y1 des Downcasts abgeleitet ist. Bei A und C wird hingegen jeweils eine Classcast-I Except-Ion geworfen, weil die Objekte hinter A und C weder vom Zieltyp Y1 selbst noch von Y1 abgeleitet sind. Das nächste Beispiel, Index Out-of-Bounds Except-Ion, wird geworfen, wenn in einem REO der String auf einen Index zugegriffen wird, der gar nicht existiert. Diese Except-Ion wird außerdem von ein paar weiteren Klassen in der Java-Standard-Bibel-Io-Tek geworfen. Wir haben sie auch schon für eigenen Codes sozusagen SEC entfremdet. Der Name sagt es schon, ein Objekt dieser Except-Ion-Klasse wird geworfen, wenn wir versuchen, ein Array-Objekt einzurichten und dabei eine negative Länge angeben. Zum Schluss des Abschnitts über Except-Ion schauen wir uns noch 0-Porter-Except-Ion genauer an. Wie der Name schon sagt, hat diese Except-Ion etwas damit zu tun, dass man ja Variable von Referenztypen auf den symbolischen Wert 0 setzen kann. Zum Beispiel wird eine 0-Porter-Except-Ion geworfen, wenn auf ein Attribut zugegriffen wird, obwohl die Variable den Wert 0 hat. Oder wenn in derselben Situat-Ion eine Methode aufgerufen wird, analog bei Variablen von Array-Typen. Der Zugriff auf die Länge des Arrays führt natürlich ebenfalls zum Wurf einer 0-Porter-Except-Ion. Sogar bei Except-Ion-S wird versucht, 0 anstelle eines Objektes zu werfen. So wird stattdessen eine 0-Porter-Except-Ion geworfen. Müsste 0-Porter-Except-Ion gefangen werden, dann müssten alle Anweisungen dieser Art in drei Blöcke nebstcatch-Blöcken. Der Code wäre nicht mehr zu lesen. Beachten Sie, dass diese Klassen sehr vorbildliche Beispiele dafür sind, dass alle Bezeichner möglichst selbsterklärend gewählt sein sollten. Wie zu Beginn dieses Kapitels angedeutet, kommen wir jetzt zu zwei anderen Konst-Dirokten neben Except-Ion-S. Die relativ leicht zu verstehen und daher schnell abzuhandeln sind. Im Gegensatz zu Except-Ion-S sind diese beiden Konst-Dirokte eher für die Testphase gedacht. Nicht für den realen Einsatz des Programms als erstes betrachten wir die Assert-Anweisung. Zu ihr kommen wir vom Thema Except-Ion über die Zwischenthemen Srowable und Error. Die Klasse Except-Ion ist direkt abgeleitet von einer Klasse Srowable. Und von Srowable ist noch eine Klasse Error abgeleitet. Alle drei sind im Package Java.lang, das ja bekanntlich nicht explizit importiert werden muss. Der ganze Mechanismus mit 3 und Gatch, eigentlich alles, was wir bisher in diesem Kapitel gesagt haben. Funkt Ioniert generell bei Srowable und allen davon direkt oder indirekt abgeleiteten Klassen. Und daher auch bei Klasse Except-Ion und allen von ihr direkt oder indirekt abgeleiteten Klassen. Klassen, die von Error direkt oder indirekt abgeleitet sind, werden typischerweise vom Laufzeitsystem geworfen in Fällen, in denen der Fehler nach menschlichem Ermessen so gewichtig ist, dass wohl keine sinnvolle Fehlerbehandlung mehr möglich ist, sondern Programmabbruch die beste Lösung zu sein scheint. Daher müssen Errorklassen generell nicht gefangen werden, dass Errorklassen in der Regel auch tatsächlich nicht mit 3-Catch gefangen werden. Ist auch der Grund, warum in Einführungen, die hier in der Regel vor allem Klasse Except-Ion behandelt wird, Srowable oder Error allenfalls am Rande. Wir interessieren uns für eine spezielle von Error abgeleitete Klasse namens Assert-Ion-Error. Die Sprache Java bietet eine sehr bequeme Sonderform, mit Assert-Ion-Error umzugehen. Und genau das ist die angekündigte Assert-Anweisung. Oben sehen Sie ein ganz normales Beispiel für eine Srow-Anweisung im Rahmen einer F-Abfrage, wie wir es mehrfach für Except-Ion-Klassen gesehen haben. Der Unterschied ist, dass keine Except-Ion-Klasse, sondern Assert-Ion-Error verwendet wird. Wie gesagt, müssen Errorklassen, also auch Assert-Ion-Error, nicht mit 3-Catch gefangen werden. Es ist auch so gedacht, dass Assert-Ion-Error nicht gefangen wird, sondern zu sofortigem Programmabbruch mit einer hoffentlich aussagekräftigen Fehlerdiagnostik führt. Wie für die Klasse String, gibt es in Java auch für die Klasse Assert-Ion-Error eine verkürzte Schreibweise und zwar kann man die obige Anweisung mit exakt derselben Bedeutung auch so wie unten schreiben. Dies ist ein Beispiel für eine Assert-Anweisung. Assert-Anweisungen sind bedingte Würfe von Assert-Ion-Error. Ein wesentlicher Unterschied zwischen oben und unten springt natürlich sofort ins Auge. Die Assert-Anweisung ist kürzer und übersichtlicher. Der vielleicht entscheidende Unterschied ist aber, dass Assert-Anweisungen beim Kompilieren an- oder abgeschaltet werden können mit entsprechenden Setzungen für den Compiler. Das heißt, in der Testphase kann man die Assert-Anweisungen in einem Programm anschalten. Um Fehler zu finden, nach der Testphase kann man sie ausschalten. Nebenbemerkung, warum ausschalten? Warum nicht einfach auch im realen Einsatz des Programms immer eingeschaltet mitlaufen lassen? Weil man Assert-Anweisungen durchaus auch in der Testphase sinnvoll für Tests verwenden kann, die nicht echte Fehler abtösten, sondern ob bestimmte Konstellate Aon tatsächlich so wie gedacht sind. Denn so etwas sollte im realen Einsatz natürlich nicht zu einem Programmabbruch führen für Fehlertests, die auch im realen Einsatz des Programms mitlaufen sollen. Sind except Aon ist das Mittel der Wahl. Bei der Bedingung müssen wir aufpassen, die Bedingung in der Assert-Anweisung ist genau die negat Aon der Bedingung in der if-Abfrage. Das ist auch logisch, denn die Bedingung in der Assert-Anweisung ist ja das, was gemäß Bedeutung des Verbs to Assert eben zugesichert werden soll. Also genau der Fall, in dem kein Error zu werfen ist. Auch die Schreibweise für die Fehlerbotschaft ist leicht verkürzt. Der String wird nach einem Doppelpunkt ohne Klammern oder anderes einfach hingeschrieben. Hier sehen Sie ein realistisches Anwendungsbeispiel mit der einen Einschränkung, dass man in diesem Fall vielleicht doch eher eine except Aon-Klasse wählen würde, aber es mag auch situalt Ionen geben, in denen man einen solchen Test nicht im realen Einsatz, sondern nur in der Testphase haben möchte. Und dann ist die Assert-Anweisung die einfachste Lösung vor Griff. Eine solche situalt Ionen, die in diesem Beispiel aber sicher nicht zutrifft, wäre etwa, wenn die Methode so schnell ausführbar wäre, dass die Assert-Anweisungen einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an der Zeit haben, die die Abarbeitung der Methode kostet, wenn diese Methode dann noch so häufig ausgeführt wird, dass sie einen Großteil der Gesamtlaufzeit des Programms in Anspruch nimmt, dann macht sich die Laufzeit der Assert-Anweisungen deutlich negativ bemerkbar. Generell schauen wir uns Laufzeitproblematiken im Kapitel zu effizienter Software an. Die Fakultätsfunktaon ist ja nur auf nicht negativen ganzen Zahlen definiert, dass der Parameter tatsächlich ganz zahlig ist, ist in Java durch den Compiler sichergestellt. Der Nutzer der Methode Faktorial kann aber vielleicht dennoch aus Versehen eine negative ganze Zahl als Parameter übergeben. Daher ist es zumindest in der Testphase sinnvoll, solche Fehler an einer möglichst früh ausgeführten Stelle zu entdecken. Ohne diese Assert-Anweisung würde eine negative Zahl an sich nämlich nur dadurch bemerkbar machen, dass das Resultat 1 ist. Es kann durchaus lange dauern, bevor es in der Testphase oder, schlimmer, erst im realen Einsatz auffällt, dass der Rückgabe wird, mit dem dann munde weitergerechnet wird, Murks ist und dann kann es noch einige Mühe erfordern, den Fehler, der dann ja ganz woanders sichtbar würde, zu seinem Ursprung zurück zu verfolgen. Die soeben betrachteten Assert-Anweisungen sind eine Möglichkeit, innerhalb einer Methode Tests einzubauen. Mindestens genauso wichtig ist es aber, die Korrektheit von Methoden als Ganzes zu testen als quasi Standard haben sich dafür Unitests bei Java etabliert. Nebenbemerkung, Tests, die in Einheiten sozusagen hineinschauen, nennt man Whitebox-Tests, Tests, die Einheiten als Ganzes hernehmen. Eben als Blackboxes Minus, nennt man entsprechend Blackbox-Tests. Um Unitests schreiben zu können, müssen wir ein paar Funkt-Aonalitäten importieren. Erinnerung, im Kapitel über objektorientierte Apps deragt ION. Abschnitt zu Objekt- und Klassenmethoden, hatten wir schon gesehen, dass Klassenmethoden mit Schlüsselwort-Static so importiert werden können, dass sie ohne Klassennamen aufgerufen werden können. Die eigentliche Assert-Funk-Aonalität finden Sie als Klassenmethoden in dieser Klasse. Dies sind nur zwei Beispiele für das, was diese Klasse bietet, nämlich genau die beiden Methode, die wir gleich im Anwendungsbeispiel verwenden werden. Und die Funk-Aonalität, diese Tests dann auch wirklich durchzuführen und ihre Durchführung zu steuern, finden Sie als ganze Klassen in diesem Package. Im Gegensatz zu Accept IONS und Assert-Anweisungen schreibt man Unit-Tests nicht in den zu testenden Quelltext hinein, sondern in eine separate Quelldatei. Die zu testenden Einheiten, zumeist Klassen, importiert man in der Testdatei wie üblich. Und in der Testdatei definiert man dann eine Klasse, deren Methoden die Tests durchführen. Sie sieht eine solche Testmethode dann aus. Diese Methode ist Teil der soeben andeutungsweise definierten Klasse TaxCalculator-Test. Wird Unit mit der Klasse TaxCalculator-Test aufgerufen, dann werden alle Methoden, die diese Annotierung haben, nacheinander aufgerufen. Die importierte Klassenmethode Assert-Equels hat zwei Parameter und liefert genau dann einen Fehler. Wenn die beiden Parameter unterschiedliche Werte haben, damit kann man also wie hier testen, ob das Ergebnis einer Berechnung das erwartete Ergebnis ist für gebrochenzahlige Parameter gibt es Assert-Equels mit drei Parametern. Der dritte Parameter ist der maximale Wert, um den die ersten beiden Parameter sich unterscheiden dürfen, um noch als gleich angesehen werden Vergleich mit Racket. Die Methode Assert-Equels auf der Folie entspricht genau der Funkt-Aon-Check-Expect. Die soeben beschriebene Methode Assert-Equels mit drei Parametern für gebrochenzahlige Werte entspricht genau Check-Widde-Nebenbemerkung. Für Referenztypen ist die Methode Assert-Equels ebenfalls definiert, und zwar mit einem Test auf Wertgleichheit mit Methode Equels von Klasse Object, siehe Kapitel zu objektorientierter Apps-Theraht-IoN. Abschnitt zum Test auf Gleichheit für Test auf Objektgleichheit. Also ob dieselbe Adresse in beiden getesteten Referenzen steht, gibt es Assert-Same. Man kann eine Methode in einer Testklasse auch anders annotieren. Es gibt noch einige weitere, die wir hier nicht behandeln. Sie werden mühelos unzählige Auflistungen im Internet finden und auch problemlos selbst verstehen. Hier nur ein sehr häufig verwendetes Beispiel. Methoden mit dieser Annotat-IoN werden vor jeder einzelnen Testmethode jeweils einmal unmittelbar davor ausgeführt. Damit ist in diesem Beispiel gewährleistet, dass der Tax-Kalkulator tatsächlich vor jeder Testmethode auch bereit ist. Methode Assert-True hat einen Bullshit-Parameter und ergibt einen Fehler, wenn der aktuale Wert des Parameters Fals ist. Zum Schluss soll noch eine weitere wichtige Variante des Fehler-Tests kurz erwähnt werden. Asserts-Rose dieser Test wird angewendet in Situat-IoN, in denen eine Accept-IoN zu werfen ist, ergibt eine Fehlermeldung. Falls die Accept-IoN wieder erwarten, doch nicht geworfen wird, vergleichen mit Racket. In einem gewissen Sinne ist Asserts-Rose mit Check-Error vergleichbar. Die Klassenmethode Asserts-Rose ist von einer Klasse namens Assert-IoN ist zu importieren. Der erste Parameter gibt die erwartete Accept-IoN-Klasse an. An dieser Stelle nehmen wir erst einmal nur zur Kenntnis, dass wir noch eine vordefinierte Klassenkonstante der Accept-IoN-Klasse ansprechen müssen, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Neben Bemerkung, diese Klassenkonstante ist im Prinzip genau die Zusatz-Informat-IoN für jede Klasse, die im Abschnitt namens verborgene in Format-IoN im Kapitel zu objektorientierter Apps-TheraGt-IoN angedeutet wurde. Der formale Typ des zweiten Parameters ist ein Funk-IoN-Interface namens Executable aus dem Package Java.lang.reflect, dessen Funk-IoN-A-Methode keine Parameter- und Rückgabe-Typ-Volt hat und daher einen Lambda-Ausdruck wie diesen als aktualen Parameter erlaubt. Natürlich wird man in der Regel nicht einen eingebauten Java-Operator, sondern den Aufruf einer selbstgeschriebenen Methode testen. Der Divis Ion-Soperator ist hier nur gewählt. Um das Beispiel möglichst einfach zu halten, damit sind Unit-Tests und das ganze Thema Fehlerbehandlung beendet.